Soll mein Gespräch mit Zordoni eine Art Gruppensex werden? Nein, Mann, das sind zwei Figuren vom Fernsehen. Die wollen ein paar von Busmanns Kämpfen in so einem Satellitending senden. Ja? Na, ich will mit den beiden Witzbolden reden, heute Abend. Verstanden? Ist mir egal, wie Sie das anstellen. Bringen Sie sie mir einfach. Sehen Sie das? Ja. Scheint sich jemand an uns rangehängt zu haben. Also drehen wir eine kleine Runde. Die kommen auf euch zu. Was fahren Sie? Einen weißen Ferrari. Was soll das? Ich kann's kaum glauben. Jetzt haben wir schon zwei am Hals. Vielleicht sollten wir einen noch mal anhalten und sehen, was Sie wollen. Ja, richtig. Die wollen uns wahrscheinlich nur ausgemachte Kinkse vertraut. Und das ist das ein bisschen zu Orden. Vielleicht geht's uns jetzt... Ja,ๆ. ich Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Verdammt, es wird langweilig. Wo sind sie? Genau da vorne. Hallo? Ja, kein Mut, keine Ehre. Nett, die beiden sind wirklich irre. Na schön. Hey, think. Hey, think! Sie sinddolung! Hey! 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 Vielen Dank.